Ich wurde direkt in die JVA Heidelberg transportiert. Und dann wirst du deines ganzen Hab und Guts entnommen, kriegst andere Kleidung, Handy hast du nicht mehr, du hast nichts, du hast keine Kommunikation, das ist alles zu. Du bist innerhalb von Mauern. Ich habe dort drin jemanden getroffen, den ich von ganz, ganz früher schon kannte. Das war so ein stadtbekannter Psychopath, mit dem ich sogar mal aneinandergeraten bin. Wir haben uns mal geprügelt, kein Scheiß. Es ging zurück nach Heidelberg, ich hatte noch ein paar schöne Monate. Wir haben unser Ding gemacht, dann hat Heidelberg zugemacht. Eigentlich begann da für mich erst die richtige Haftzeit. Denn Heidelberg war tatsächlich, dadurch, dass schon Aufbruchstimmung war, es waren noch wenige Gefangene dort, es war entspannt, es war familiär. Und ich hatte auch sehr viele Freiheiten. Natürlich durfte ich nicht raus oder irgendwas oder telefonieren, es wurde sich an alle Regeln gehalten, es war immer noch Urhaft. Aber als ich in die Strafhaft versetzt wurde, war ich nur noch ganz kurz in Heidelberg. Dann hat Heidelberg zugemacht und dann wurde ich in die JVA Mannheim verlegt. Das ist ein Gefängnis. Und was für eins. Das ist die Endstation in Baden-Württemberg mit Stammheim sicherlich. Und ich war mal vor Jahren in U-Haft in der JVA Mannheim und habe da auch schon, wie ich vorher erwähnt habe, ordentlich auf den Tisch gehauen, habe mich da nicht beeindrucken lassen. Ich hatte da einige kennengelernt und man kannte mich so ein bisschen noch. Als ich da reinkam, war das zu viel für mich. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Sternbaum und jeder, sage ich mal, Strahl des Sterns, ist mehrere Stockwerke hoch und dazwischen sind Gitter. Und da sind seitlich kleine Wege. Das heißt, wenn sie dich unten reinführen ins Erdgeschoss und du schaust nach oben, siehst du diese vier Stockwerke über dir mit den Gittern dazwischen und mit den Gefangenen, die da hin und her laufen. Da oben geht gerade ein Alarm los, da rennen ein paar Beamte hin, da wird rumgeschrien, da wird was rübergeworfen. Und ich habe sofort ein Flashback bekommen und konnte mich genau daran erinnern, dass ich da fünf, sechs Jahre zuvor schon mal stand und sagte, na gut, dann wollen wir mal. Und dieses Mal dachte ich mir, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Allein, wenn ich gehört habe, wie die miteinander reden. Ich konnte das nicht. Es war nicht mehr meins, ich war das nicht mehr gewohnt. Und das war so der Moment, wo ich mich kurz wirklich doch gefragt habe, ob das klappen kann, ob ich das schaffen kann. Denn Fakt ist, ich bin nicht mehr dieser Typ, der hier vor Jahren mal war. Und genau in dem Moment, als ich das dachte, kam mir wirklich der Erste entgegen und sagte, wow, Mike. Und ich habe ihn angeschaut und der Typ war einfach immer noch da. Das war einer, der war eben vor den besagten fünf Jahren oder so, war der mit mir auch da. Da war er auch in Urhaft und er war jetzt immer noch da. Er hat wohl einen Achter kassiert, hat er gesagt, er hat acht Jahre bekommen und er ist noch eine Weile da. Und hat gleich allen gesagt, boah, das ist der Mike, er ist ein Kampfsportler, er ist ein harter Typ und so weiter, aber der ist korrekt und hier und da. In dem Moment habe ich verstanden, ich hatte ja auch ein bisschen das Aussehen dazu, und in dem Moment habe ich wirklich verstanden, okay, es stimmt, ich bin nicht mehr der Typ, der das hier so durchbringen kann. Aber, Fakt ist, ich habe dadurch, dass mich manche von vorher noch kennen, habe ich zumindest einen gewissen Respekt, der dafür sorgen sollte, dass mich die Menschen in Ruhe lassen. Ich kann ich sein. Ich kann entspannt sein. Ich wollte ums Verrecken nicht zu dem werden, der ich vorher war, um hier zu überleben. Das wollte ich nicht. Ich wollte genauso bleiben, wie ich bin. Ich wollte weiter an meiner persönlichen Entwicklung arbeiten und ich wollte weiter an meinen Zielen arbeiten. Ich wollte immer noch Sport studieren oder Ernährungswissenschaften. Ich wollte immer noch Personal Trainer werden. Ich wollte immer noch in die Fitnessbranche. Und für mich war in dem Moment einfach nur die Frage, wie und wann während dieser ganzen Reise, die jetzt vor mir steht, bekomme ich irgendwann die Chance, das zu realisieren. Und wenn es erst in drei Jahren ist, ein halbes Jahr, bevor ich freigelassen werde. Ich habe noch ganz schön viel vor mir. Ich weiß noch, ich hatte mir das mal ausgerechnet, wie viele Tage das waren. Weil manche Leute zu mir gesagt hatten, ich schlafe noch 160 Mal oder sowas und dann bin ich draußen. Und dann hatte ich mir meine Zahl mal so ein bisschen zusammengenommen. Wenn du dann so eine Zahl an die 1100 oder mehr rauskriegst, dann vergisst du das lieber ganz ständig. Hier, noch 1100 Mal schlafen, das war scheiße. Und so kam es, dort wurde alles am Stück abgefertigt. Das wurde alles Fließbandarbeit. Du machst jetzt das, du machst jetzt das, du gehst zur Kommission und was haben sie in die Ravzeit vor. Und ich saß vor der Kommission. Und da saßen dann verschiedene Pädagogen, die dafür erfuhren, also Sozialarbeiter, die dafür zuständig waren, plus Stockwerksbeamte, Hochrangige. Und die haben dich halt gefragt, was hast du mit deiner Haftzeit vor? Hast du irgendwas Anständiges vor in deinem Leben? Ich habe ihnen das beschrieben. Ich habe gesagt, ich habe vor zu studieren. Ich wollte dahingehend auf einem Abendgymnasium gerade mein Abitur verbessern, damit ich die Chance habe, Sport- und Ernährungswissenschaften zu studieren. Und das ist mein Weg. Und dann haben sie gesagt, ja gut, aber das hat ja mit hier nichts zu tun. Das ist ja nichts, was sie von hier machen können. Und ich habe gesagt, gibt es denn keine Möglichkeit, dass ich vielleicht per Fernstudium hier drin das Abitur mache und dass ich dann vom Freigang aus aufs Gymnasium gehen kann. Und dann wurde mir ganz trocken erniedrigt. Also hier geht keiner aufs Gymnasium. Und vom Freigang auch nicht. Und erst recht nicht mit ihrer Vorgeschichte. Ich glaube, sie haben vergessen, wer sie sind. Wurde mir wirklich so gesagt. Meine Akte wurde aufgemacht. Und alles, was ich mein ganzes Leben lang getan hatte. Und da sind verdammt nochmal schon ein paar Hausnummern dabei, die sehr lange her sind. Aber Handel mit BTM, gefährliche Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, mehrfache gefährliche Körperverletzungen, illegaler Waffenbesitz. Die Liste geht noch weiter. Die geht weiter. Mir wurde nochmal richtig schön breit getreten, wer ich eigentlich bin. Für mich persönlich war. Ich war das nicht mehr. Und dann wurde mir gesagt, für Menschen wie mich, die auch noch nicht zum ersten Mal sitzen, gibt es hier gar nichts. Ich soll mich so gut wie möglich benehmen, ruhig bleiben. Ich soll mir einen Job suchen und schauen, dass ich vielleicht die Möglichkeit auf zwei Drittel Entlassung bekomme. Wobei das auch bei meinen Vorstrafen fragwürdig sei. Das heißt, mir wurde so ein bisschen durch die Blume gesagt, wir haben eigentlich nicht mal Bock, dich nach zwei Drittel der Strafe rauszulassen. Das ist ja das, was man so bekommt, wenn man das erste Mal richtig einsetzt, kommt man nach zwei Drittel der Haftstrafe raus, wenn man sich gut benimmt natürlich. Mir wurde gleich so ein bisschen die Aussicht darauf verwehrt. Ich habe das angenommen. Ich habe gesagt, teilen Sie mir zu, was Sie für richtig halten. Ich werde es machen. Und ich werde einen Weg finden, Ihnen zu beweisen, wie ich jetzt mittlerweile bin, dass ich nicht mehr so bin. Und das wurde so angenommen, das wurde so angehört, so ja, ja, komm. Und dann ging es los. Ab in die Werkstatt. Hier war es dann tatsächlich wieder so etwas wie Schrauben sortieren. Wir mussten Ausschuss sortieren. Du hattest Handschuhe dafür. Du hattest ganz, ganz viele Kisten. Du musstest die auseinanderzwirbeln. Das Problem ist, mit den Handschuhen konntest du sie nicht gut greifen. Also hast du es ohne gemacht. Hände haben geblutet. Akkordarbeit. So viele Kisten, wie du schaffst. So viel Geld bekommst du. Geld ist nichts. Du hattest am Ende des Monats ca. 60 Euro für den Einkauf. Und alles war auch noch ein paar Cent teurer als draußen. So musst du dir das vorstellen. Wenn du also von draußen kein Geld bekommen hast, warst du aufgeschmissen. So einfach ist das. Du kannst dir nicht einen Fernseher von 20 Euro im Monat leisten und gesundes Essen. Und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, auf die du achten musst. Und nein, nein, es funktioniert nicht. Das heißt, du warst, also vor allem ich war erst mal auf das Essen angewiesen, was es dort gab. Und verdammt nochmal, ja, es stimmt. Alles, was man über das Essen im Gefängnis gehört hat, es stimmt. Und wenn dir irgendeiner erzählt hat, nö, das ist ja heutzutage schon. Nein, nein, Bullshit. Es ist, es ist ekelhaft. Es ist weich, eklig. Die Soße ist fest vom ganzen Weizen. Und du hast so kleine Stücke Fleisch. Ich habe Leute aus der Küche gekannt, die mir gesagt haben, das Zeug hat regelmäßig gefrierbrannt. Das wird trotzdem da reingehauen. Es ist alles wahr, was man gehört hat. Und das schmeckt man auch. Und das spürt man auch. Ich hatte die ersten zwei bis drei Wochen die übertriebensten Magenprobleme. Ich hatte Verstopfung. Ich hatte Schmerzen. Das Brot war so trocken, dass ich, keine Ahnung, und trotzdem hast du Hunger. Du isst es ja. Und so hast du dein Leben jetzt einfach mal gelebt. Ich habe mein Training weitergemacht. Ich habe mir Mühe gegeben, einfach mein Ding zu machen. Ich habe mich für den Kraftsport eingeschrieben. Dann hieß es, der Kraftsport ist so überfüllt, du kannst nur rein, wenn jemand rausgeht. Das heißt, also in der Regel sind es zwei bis drei Monate. Ah, okay. Und dann? Nein, dann ist das zweimal die Woche. 45 Minuten. Du wirst abgeholt, könntest du in den Keller und dann wirst du wieder geholt. Zweimal die Woche. Also ging es auch hier genauso weiter wie in Heidelberg. In Heidelberg hatte ich zuletzt mit dem Freund, sage ich mal, den ich dort gewonnen hatte, hatte ich sehr, sehr viel Bodyweight trainiert. Wir haben uns ein Buch besorgt, Fit ohne Geräte, von einem Ex-Navy-Seal. Und mit diesem Buch konntest du da, wo du bist, mit den allerspärlichsten Mitteln unglaublich gut trainieren. Wir haben in der Zelle trainiert, wir haben auf dem Gang trainiert, täglich. Wir haben angefangen, Kampfsport zu trainieren. Ich hatte ja eine sehr lange Zeit Kampfsport gemacht in meinem Leben. Er hatte sich immer dafür interessiert. Und wir hatten auch etwas Hilfe. Dort war noch der ein oder andere, der da sehr versiert war. Aber lustigerweise kann ich hier sogar verraten, das war auch ein Beamter mit dabei. Ich weiß, die werden immer Wärter genannt, aber das sagt keiner. Das sind Beamte, Punkt. Das sind keine Wärter. Die werden entweder Schließer oder Beamte genannt. Schließer ist meistens schon mal so ein bisschen abwertend wieder. Deswegen, wir haben die immer Beamte genannt einfach. Oder Chef. Oder nach seinem Namen einfach. Ein Beamter dort hatte einen verdammt hohen Grad im Jiu-Jitsu und hat uns mal erwischt. Er hat uns erwischt, wenn wir gerade quasi übereinander hergefallen sind. Ich glaube, ich hatte den Simon, hieß er. Ganz liebe Grüße, falls du das siehst. Simon, ich hatte Simon gerade einen Try in a Choke und dann ging die Tür auf und er schaute uns an, wie wir da sagen würden, was macht ihr denn? Es ist ja verboten sowas. Ganz, ganz klar. Es ist ja verboten. Und wir haben ihn auch nur entgeistert angeguckt und er hat einfach sein Funkgerät abgestellt. Er hat gesagt, holt euch, wenn ihr wollt. Er hat gegrinst und dann ist er auf uns zugegangen und hat mich runtergenommen und hat gesagt, nee, Simon war auf mir. Simon runtergenommen, genau. Und hat gesagt, mach das mal bei mir. Ich zeig dir mal was. Und dann habe ich das gemacht. Ich dachte, er ist ja wirklich verarschen. Und dann habe ich das wirklich gemacht und dann hat er, während ich das versucht habe, hat er wirklich umgegriffen, hat sich umgedreht, hat sich irgendwie reingedreht und hatte mich dann. Und dann war ich erst mal perplex und hat er gemeint, wenn du das so und so machst, dann kann das ja gar nicht klappen. Du musst hier zumachen, du musst da ziehen, du musst dieses. Und ab dem Moment haben wir ihn genervt. Aber jeden Tag. Wir sind immer, wenn der irgendwie auf der Station war oder so, sind wir immer um die Ecke gekommen, haben ihn so angegrinst und dann hat er kurz geguckt und dann hat er angefangen, uns sowas zu zeigen. Er wusste, dass wir gute Jungs sind. Er kannte uns schon ein bisschen. Wir waren schon eine Weile da und er wusste einfach, wir tun niemandem was. Außerdem waren wir fast die einzigen Gefangenen dort. Das war schon fast zu Ende. Und das hat uns die Zeit unglaublich verschönert. Wir haben echt intensiv trainiert. Wir haben unser Bodyweight gemacht. Wir haben unseren Kampfsport gemacht. Wir waren wirklich, Simon hat das mal zu mir gesagt, kurz bevor ich gegangen bin, hat er mich wirklich gedrückt und hat gemeint, ich möchte dir dafür danken, dass ich durch dich ein paar Mal wirklich vergessen habe, dass ich im Gefängnis bin. Und so war es. Also dachte ich mir, komm schon, nochmal von vorne das Ganze. Ich will hier keine Freunde finden oder so, aber ich gehe raus, ganz alleine, schaue mich um, irgendwo, und fange direkt auf den Boden an. Einarmige Liegestütze, da sind die ersten schon stehen geblieben und meinten, okay, und habe weiter trainiert, habe mein Ding gemacht, habe meine Übungen gemacht, bin dann noch ein bisschen im Kreis gelaufen und dann wieder hochessen. Nichts anderes habe ich jeden Tag gemacht. Jeden verdammten Tag ging das so weiter. Ich war arbeiten, ich habe im Hof mein Training gemacht und so lief das dann einfach. Mit der Zeit wurde der ein oder andere darauf aufmerksam, hat mich gefragt, ob er mittrainieren kann. Ich habe eigentlich immer das Gleiche gesagt, ich habe gesagt, das Allerwichtigste ist wirklich, ich will keinen Stress, wirklich, ich will absolut keinen Stress, ich will mit niemandem zu tun haben, der Stress macht. Ich will mit niemandem zu tun haben, der sich hier irgendwelches Zeug holt und sich dann zuknallt und am nächsten Tag erwischt wird. Ich will mit diesen ganzen Leuten nicht gesehen werden. Wenn du einer von denen bist, der vertickt, dann bitte bleib weg von mir. Und wenn du einfach nur trainieren willst, dann gerne, sei mit dabei. Aber sorry, wenn ich höre, dass du dich prügelst, dass du Stress machst, dann bist du raus. Dann meide ich dich ab jetzt. Nimm dich. Und das wurde angenommen. Und tatsächlich, ja, man konnte im Laufe der Wochen zuschauen, wie das immer wieder ein Ernähr wurde. Und irgendwann waren wir so eine kleine Trainingsgruppe, sage ich mal. Und wir haben wirklich unser Ding einfach gemacht. Wir haben trainiert, wir haben unser Essen geteilt. Und das war okay für mich. In der Zeit habe ich mich wirklich angestrengt und hatte nochmal eine Empfehlung von Beamten aus Heidelberg bekommen, dass ich ein sehr, sehr guter Stockwerksreiniger sei. Damit hatte ich dann auch fast gar nicht mehr gerechnet. Und so wurde mir die Chance gegeben, das auch dort auszuüben. Was für mich gleich wieder der Schlüssel dazu war. Ich hatte das gehofft, wirklich. Ich hatte nicht mehr daran gedacht, aber ich hatte gehofft, mein Weg muss irgendwie sein, dass ich auch hier Stockwerksreiniger werde, damit die Leute mich mehr erleben. Damit sie mehr sehen, wer ich bin. So kam es. Also habe ich den Job auch dort gemacht. Ich kam ein bisschen mehr Freund von mir, war auch tatsächlich öfter mal da als einer der einzigen und hat an mich gedacht. Also es war schon so, dass ich so ein bisschen eine Verbindung nach draußen hatte. Ich habe nicht geraucht. In diesem Sinne habe ich mir Tabak bringen lassen. Tabak ist die Währung da drin. Tabak hat es mir ermöglicht, so zum Beispiel in der Bäckerei gab es Proteinbrot. Das wurde mit bestimmten Proteinmehl gemacht. Ich habe dann immer so einen Sack davon, habe ich mir quasi ergeben lassen von einem bestimmten Mitarbeiter in der Bäckerei, von einem anderen Gefangenen. Der, muss man hierzu sagen, bei sogenannten wohl mit dabei war. Ich habe mal so einen kleinen Blick in seinen Haftbefehl geworfen und das war schon sehr unschön, was da drin stand. Er hatte lebenslänglich, das weiß, das wusste ich. Ich sollte erst im Nachhinein erfahren, was genau er getan hatte. Und da war mir dann auch auch nicht mehr ganz so lieb, mit ihm Geschäfte zu machen. Und ich wollte das eigentlich canceln. Ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Da ging es wirklich auch um die Ermordung mehrerer Frauen und die Art und Weise, wie das abgelaufen sein muss. Das war einfach nur, ich möchte das jetzt hier nicht weiter ausführen. Das war, da ist mir ein eiskalter Schauer den Rücken runtergelaufen. Und auch welche Art von Mensch wirklich auch auf Wehrlose bewaffnet. Und ich wollte das nicht mehr. Und ich war fest überzeugt, es ihm zu sagen, wenn ich das nächste Mal mein Mehl quasi abhole, wie es der Zufall so wollte, habe ich plötzlich viel weniger bekommen. Und stand dann bei ihm in der Zelle. Es war die einzige Situation in der ganzen Haftzeit, in der es wirklich brenzlig geworden ist, kann man sagen. In der ich auch wirklich einmal laut geworden bin und bereit war, zu tun, was nötig gewesen wäre. Vielleicht war es auch nur ein Bluff. Ich wusste es in dem Moment nicht. Ich wusste es nicht. Aber ich erzähle euch gerne über die Situation. Ich wusste, dass es ein Mensch, der mit Messern und anderen Waffen andere Menschen tötet. Wehrlose Menschen. Prostituierte, wie auch immer. Ich stand da drin, habe gesehen, dass er mir weniger geben möchte, als sonst. Habe ich ihn gefragt, was das soll. Ich habe schon bezahlt, das können wir jetzt nicht machen. Das hat mich natürlich noch wütender gemacht. Auf der anderen Seite dachte ich, jetzt hast du einen Grund, das sein zu lassen. Ist eigentlich gut. Aber du darfst halt auch keine Schwäche zeigen. Das funktioniert wirklich nicht. Das darfst du da drin nicht machen. Wenn du das mit dir machen lässt, dann versucht es ab da jeder mit dir. Und das sind leider Situationen, aus denen man einfach schauen muss, dass man sich wirklich elegant und trotzdem ohne Gewalt herausbekommt. Das ist ganz wichtig. Denn wenn du in dem Sog einmal drinne bist, dann macht das schnell die Runde. Dort drin weiß jeder alles. Und ab da bist du auch auf dem Schirm von den Beamten. Und sowas kann dir dein Bericht versauen, sowas versaut dir den Freigang, sowas versaut dir alles. Sowas macht aus einer Halbstrafe von 42 Monaten, an die ich ja nicht mal hätte denken können, also 21 Monaten, hätte ich niemals bekommen können. Da haben die drüber gelacht, als ich das gesagt habe. Aber nur mal so ein Beispiel. Aus einer Halbstrafe, 21 Monate macht sowas, die volle 42 Monatsstrafe. Das ist der Unterschied. Solche Sachen. Und stand ich da also drin und habe mich wirklich beschwert und habe gesagt, nein, sehe ich nicht ein. Was soll denn das? Und dann hat er wirklich sich umgedreht und hat gesagt, ich soll mal aufpassen, wie ich mit ihm rede. ob ich überhaupt weiß, wer er ist. Und er ist noch sein ganzes Leben hier und für ihn wäre es auch nichts, wenn das mit mir irgendwie anders ausgehen würde. So. Und ich soll jetzt einfach ruhig sein und soll froh sein, dass ich das habe. Ab jetzt ist das immer so viel. In diesem Moment habe ich eine Wut bekommen auf diesen feigen Menschen, der da ernsthaft steht und mir eine Ansage macht. Und ich habe wirklich aus mir heraus, habe ich gesagt, hör mal zu, ich sehe hier nirgendwo ein Messer oder eine Knarre. Wer bist du? Du bist ein kleiner Feigling, der hier oft gefährlich macht. Wenn du es noch einmal wagst, so mit mir zu reden, dann wirst du mich ganz anders kennenlernen. Nur, dass du es verstanden hast. Dann habe ich ihm das Mädchen hingestellt und habe gesagt, scheiß auf dich, ich will gar nichts mehr von dir. Dann habe ich mich umgedreht. In diesem Moment habe ich im Augenwinkel wahrgenommen, dass sich was bewegt. Ich dachte, okay, vielleicht hat er ja doch ein Messer. Genau jetzt gehst du auf Rot, das ist Absonderung und dann kriegst du einen Eintrag und dann war es das für dich. Ich habe mich gehasst dafür und ich habe mich geschworen, ich habe mir geschworen, es wird die ganze Zeit nicht mehr passieren. Und ja, ich war ein Arschloch. Das hat sich auch direkt ein paar Wochen später beim nächsten Besuch gezeigt. Ich habe mir das angehört und als ob es mir nicht schon lange klar gewesen wäre, war mir halt in dem Moment besonders klar, dass es aufhören muss, und dass das alles einfach aufhören muss.